Wo sind die Lipgloss-Fans unter euch? Entweder gibt es diejenigen, die Lipgloss über alles lieben und überhaupt nicht ohne ein Glosses Haus verlassen, oder es gibt diejenigen, die sich dazu gar nicht mit anfreunden können, so wie ich. Ich bin eigentlich überhaupt gar kein Lipgloss-Fan. Aber ich habe hier unsere Lipglosse, die ich euch gerne zeigen möchte, die mich da ein bisschen umgestimmt haben. Der Grund, warum ich Lipglosse nicht so gerne mag, ist, weil die sich immer so auf den Lippen, weil das so klebt und weil man das dann überall irgendwie hängen hat und die Haare ständig irgendwie da drin. Deswegen sind Lipglosse eher nicht so mein Ding. Aber ich finde es toll, diesen Effekt, den ein Lipgloss hat, weil der sofort die Lippen ein bisschen optisch vergrößert und ein bisschen voller aussehen lässt und natürlich gesund glänzen lässt. Glänzende Lippen wirken halt immer sehr feuchtigkeitsspendend und sehr gesund und durchblutet. Wir haben hier ganz tolle Lipglosse. Die kommen in zehn verschiedenen Farben. Also da ist für jeden was dabei. Ich habe jetzt mal hier diese Fee ausgewählt, die ich ganz besonders gut mag. Es gibt da nämlich knallige Farben von knalligem Pink mit Glitzerpartikeln. Und es gibt da auch eher natürliche Varianten, wie dunklere Töne oder farblose Töne oder auch eher so ein bisschen ins Rosé. Die habe ich jetzt mal hier und ich zeige euch jetzt mal, wie die auf den Lippen aussehen, beziehungsweise warum die so toll sind und warum ich da gar nicht mehr drauf verzichten kann und warum ich die immer in der Handtasche habe. Ich nehme mal den hier, das ist der Ladyluck. Den mag ich ganz besonders. Ich mag persönlich sehr gerne Rottöne auf den Lippen. Die kommen hinten mit so einem kleinen Spiegel dran. Finde ich total praktisch, weil dann kann man das im Auto unterwegs ganz schön und flott auftragen. Die sind glutenfrei. Das heißt, ihr könnt die auch ablecken von den Lippen und ihr wisst ja, wenn man Lippenstift aufträgt oder Lipgloss an sich, dass man das aufnimmt. Und da ist nichts Schädliches drin. Also das ist wirklich überhaupt gar nicht schlimm. Im Gegenteil, da sind tolle Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe drin, die eure Lippen dazu noch pflegen. Die kommen mit, das sieht hier unten aus, ist so ein Applikator, der geht recht einfach aufzutragen und es geht sehr schnell und es ist sehr ergiebig. Also ich habe den jetzt schon Monate und benutze den schon ein paar Mal in der Woche. Ich nehme den mit und einfach nur, wenn man gerade mal ein bisschen die Lippen befeuchten möchte oder einfach nur ein bisschen frischer aussehen möchte, dann ist das einfach eine ganz tolle Sache mit einem Lipgloss, weil man da die Lippen nicht nachziehen muss. Man braucht da keinen Lip Liner für oder sonst irgendwas. Das ist ganz toll. Ich zeige euch jetzt mal, wie der aussieht auf den Lippen und dann sagt ihr mir, wie ihr das findet. Also der Ladylike hat so einen leichten, kann gar nicht reden, wenn ich das auftrage. Der hat so ein bisschen, wie soll ich das sagen, das ist so lachsfarben, so ein bisschen lachsfarben. Seht ihr das? Ich finde ihn total gut. Der klebt nicht auf den Lippen, der gibt nicht so diesen trockenen Mund, was man oft hat. Ich habe das oft so erlebt mit irgendwelchen Glossen. Der hier ist jetzt matt, also das heißt, der hat keine Glitzerpartikel, der ist rein. Es gibt natürlich auch zum Beispiel der hier, der ist ähnlich, das ist der Lovesick. Der hat eine ähnliche Farbe wie der. Der ist ein bisschen dunkler und der hat so ein paar Glitzerpartikel mit drin. Der ist auch sehr, sehr schön. Ob ihr das sehen könnt. Dann habe ich den hier rausgesucht, das ist der Lucky. Das ist einer meiner Bestseller. Gerade in Deutschland ist der sehr beliebt. Der hat so einen bräunlichen Ton und den kann man toll nehmen für über einen Lippenstift noch zu tragen, für einen Nude-Look. Ist das ein ganz toller, ganz toller Lipgloss. Der hält auch recht lange, der ist natürlich nicht kussecht. Und wenn ihr trinkt und wenn ihr esst, geht das natürlich runter und ihr müsst da öfter nachtragen. Aber das Beste ist, der klebt nicht auf den Lippen. Der ist leicht, der fühlt sich nicht schwer. Der ist ganz, ganz schön. Dann habe ich den hier noch ausgesucht. Das ist der Lovable, heißt der. Eine ganz tolle Rosé-Farbe. Habe ich auch schon oft verkauft. Die Mädels sind verrückt danach. Der lässt wirklich die Lippen auch so ein bisschen größer aussehen durch diesen Ton. Und die sind hoch pigmentiert. Also die geben auch eine tolle Farbe ab. Also wirklich ganz schön. Mädels, schaut doch mal auf meiner Website. Ich poste den Link hier unten, da könnt ihr mal gucken. Die gibt es im Set von 3. Die gibt es auch im Set von 10. Wenn ihr ein paar Freundinnen habt und ihr möchtet euch alle einen gönnen. Die kosten 16 Euro. Und die sind auch ein ganz tolles Geschenk. Also jeder freut sich über so einen tollen Lipgloss. Und tut euren Lippen was Gutes und spendet ein bisschen Feuchtigkeit. Und ihr wisst, unsere Produkte sind auch nicht an Tieren getestet. Macht's gut Mädels. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020